Im Bereich der Königshöhle bei Baden bei Wien entdeckte man sensationelle archäologische Funde, die in der Anthropologie den Begriff der Badener Kultur prägten. Funde, die bereits aus der frühen Steinzeit stammen, wurden hier entdeckt. Bei der Entdeckung dieser Höhle hier fand man noch Spuren von Malerei an den Innenwänden des Gewölbes. Es liegt ein großer Stein, der wohl so schwer sein kann, dass hundert Pferde nicht vom Platz bewegen. Und wem daran gelegen, der Sache auf den Grund zu kommen, dem dien zu Nutz und Frommen. Er liegt in einem Wald, das Wolfstal genannt, wie jeder weiß, der dort bekannt. Von diesem Stein tut man sagen, dass sich in grauer Vorwelt tagen, mit ihm der böse Feinde ergötzt und ihn als Spielwerk auf den Kopf gesetzt. Er trug ihn leicht wie einen Sommerhut und ging umher mit kühnen Frevelmut. Wer kann, spricht er gleich mit dem schweren Stein, bezwingen. Selbst ihm, der ihn gemacht, wird nicht so leicht gelingen. Er lässt ihn ruhen, wo er ruht, obwohl er groß mit seiner Stärke tut. Da tritt zu ihm in Lichter Strahlenschein. Der Höllenbrut bezwinge und steckt den schweren Stein sich an den kleinen Finger. Geblendet und beschämt entwendet der Feind zur Hölle und nimmer sieht man ihn hinfort an dieser Stelle. Doch heutzutag noch schaut man klar, wo einst der Kopf des Teufels war und unseres Herrguts Finger. Die Gegend um Baden bei Wien ist nicht nur bekannt aufgrund ihrer Hinterlassenschaften der Römer, sondern auch der Hinterlassenschaften der Kulturen vor der Römer. So haben wir hier auch einige Höhlen, die bereits in der frühen Steinzeit genutzt wurden. Ich finde, die er in der qualitären Zuverschkollegnete und das netfeiert wird, wie immer noch die Erfroden durch. Und wenn die Aufmerksamkeit der Nerven придet ja auch in der Römer. Das war er auch ein. Ich finde, dass er noch nicht sehr, sache viele, sondern seauchliche Schatten zu Wenn der Seite sehr wichtig ist, dann kann ich die Zweig aufhören. Weil es hier den neuen Kulturen vorrömer. Weben Sie auch noch Plato beden, was ich einstellbar, Und wir haben sich nur noch eine große Ausstattung der Römer Zeit, an dem Kulturen vorruhen zu machen. Musik 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 Beispielsweise finden wir hier in unmittelbarer Nähe der Burg Raunstein die sogenannte Einsiedlerhöhle. In dem gesamten Gebiet von Baden gibt es zahlreiche Hinterlassenschaften prähistorischer Kulturen, die darauf schließen lassen, dass bereits Kelten- oder Latien-Kultur, Hallstatt-Kultur oder wie viele Namen auch immer diese unbekannten Vorfahren von uns haben, gehaust haben. Hier nannte man es dann die Badener Kultur. Musik Wie das Schicksal so will, haben wir hier soeben einen Forscher im Wald getroffen. Der hat uns erklärt, wer heute in dieser Höhle wohnt. Es sind Fledermäuse. Musik Musik